L5-S1, fortschreitende Segment-Osteokondrose, im Innen-Meniskus-Hinterhorn schräg verlaufende Signalanhebungen, skoliotische Fehlhaltungen der Brustwirbelsäule, aktivierte Osteokondrose, initiale Knorpelschiegelung, degenerative Geröllzüsten, C7-Irritationen, AAU! Herzlichen Glückwunsch! Wir sind Weltmeister in Deutschland. Und zwar Weltmeister im Erstellen von MRT-Scans. So wurden bereits 2009 auf 1000 Einwohner 211 Schnittbilduntersuchungen gemacht, davon 114 CT-Scans und 97 MRT-Scans durchschnittlich. Und dies hat uns eine fragwürdige Spitzenposition eingebracht. Einer der Hauptgründe, warum MRT-Scans erstellt werden, sind zum Beispiel auch körperlich-mechanische Schmerzen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder Knieschmerzen. Ich hatte vor einem halben Jahr schon mal ein Video gemacht, ich verlinke dir das hier einmal oben. Da ging es um die Differenzierung zwischen Standbild und einer Bewegungsaufnahme. Denn ein Rückenschmerz ist in ganz wenigen Fällen nur ein strukturelles Problem und somit durch ein Standbild zu erkennen, aber in vielen Fällen eben durch veränderte Bewegungsabläufe bedingt. Und da hilft ein Standbild nicht weiter zur Diagnose. Selbstverständlich, man kann durch MRT-Scans oder CT-Scans schwere Erkrankungen besser diagnostizieren, als möglicherweise jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Aber im Zusammenhang mit mechanischen Schmerzsituationen im Körper ist das Ganze oft kontraproduktiv. Und MRT-Scans sollten gerade im Zusammenhang mit Rückenschmerzen erst erst erstellt werden, wenn es gewisse rote Flaggen gibt in der Untersuchung oder in der Befragung. Red Flags, Warnsignale, dass sich hinter diesem Rückenschmerz etwas anderes abspielt. Und im Normalfall sollte ein MRT-Scan oder ein CT-Scan erst vom Rücken erfolgen, wenn der Rückenschmerz sich länger als sechs Wochen therapieresistent erweist, wenn der Rückenschmerz länger als zwölf Wochen andauert, chronisch ist, oder wenn es Hinweise gibt, dass sich hinter dem Rückenschmerz auch organische Ursachen verbergen können. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, was bei symptomfreien Personen, Leuten ohne Schmerzen, bei MRT-Scans zu finden ist. MRT-Aufnahmen der Halswirbelsäule wurden bei 1.211 Personen untersucht. Und bereits in der Gruppe der 20-Jährigen zeigten sich bei über 75% Bandscheibenvorwölbungen. Bei 87,6% aller untersuchten Patienten waren in der Halswirbelsäule Bandscheibenvorwölbungen zu erkennen. MRT-Scans von der Schulter haben in einer symptomfreien Gruppe von 53 Patienten bei 72% eine Slap-Läsion gezeigt. Eine Slap-Läsion ist ein Riss im Faserring, der für die Stabilität der Schulter elementar ist. 2015 wurde eine Studie durchgeführt, in der über 3.110 Patienten analysiert wurden auf Verschleißerscheinungen in der Wirbelsäule. Verschleißerscheinungen der Bandscheiben wurden bei über 37% aller 20-Jährigen entdeckt. Und diese Quote ging hoch auf 96% in der Gruppe der 80-Jährigen. Ich betone nochmal, auch hier ging es um asymptomatische Patienten, also Leute ohne Schmerzen. Bandscheibenvorwölbungen wurden bei 30% der 20-Jährigen festgestellt und das ging auch hoch auf 84% in der Gruppe der 80-Jährigen. 19% der 20-Jährigen hatten Risse im Anulus Fibrosus, das ist der Gewebering, der den äußeren Teil der Bandscheibe bildet. Und 29% in der Gruppe der 80-Jährigen. Eine Studie aus dem Jahre 2012 hat MRT-Aufnahmen der Hüfte untersucht und bei 45 asymptomatischen Personen bei über 69% Defekte mit dem Labrum, dem Gewebering, in dem Hüftgelenk festgestellt. 710 Patienten wurden untersucht im Alter von 51 bis 89 Jahren. Bei 68% dieser Patienten wurden Knorpelschäden im Knie festgestellt per MRT und bei über 72% wurden Osteophyten, dessen knöcherne Verschleißerscheinungen im Knie, festgestellt. Viele Experten bestätigen ebenfalls, dass die Verwendung von MRT-Scans bei normalen Rückenschmerzpatienten in vielen Fällen kontraproduktiv ist. Denn oft führen gerade diese normalen Alterungs- und Verschleißerscheinungen, die auf einem MRT zu sehen sind, zu falschen Schlüssen und auch zu falschen Diagnosen. Aber es ist jetzt nicht nur das medizinische System, was an der Misere schuld ist, sondern es ist auch die Nachfrage der Patienten. Denn Spiegel Online berichtet, dass 90% aller Knie-Patienten ein MRT-Scan des Knies bei der Diagnose des Problems als sehr wichtig empfinden. Die gängige Praxis, dass bei Rückenschmerzen immer sehr schnell MRT-Aufnahmen gemacht werden, ist ein bisschen zu vergleichen mit Monty Python und der Maschine, die immer Bing macht. Ah, weißt du, du hast eine Maschine, Nicke? Bing! Wenn wir diese Aufnahmen sehen, das befriedigt ein bisschen unsere Neugier, dass wir mal erkennen und sehen, was im Körper da passiert. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein zweischneidiges Schwert. Denn die Schmerzen, die entstehen, entstehen oft durch falsche Bewegungsabläufe und nicht durch die Verschleißerscheinungen, die normalen Verschleißerscheinungen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind. Und die Motivation, warum so viele MRT-Scans gemacht werden, ist relativ einfach. Für den Arzt, den behandelnden Arzt, gibt es ihm Sicherheit. Er kann nicht regresspflichtig gemacht werden, denn er hat ja regelkonform gehandelt und entsprechend einen MRT-Scan in die Wege geleitet. Und auch für den Patienten gibt es selbstverständlich Sicherheit, dass man schwere Pathologien, schwere Krankheiten ausschließen kann durch die MRT-Scans. Und die Patienten, wie wir gesehen haben, fordern teilweise ja auch die MRT-Scans regelrecht ein. Die gängige Denk- und Arbeitsweise hat nun dazu geführt, dass Radiologen mit Abstand die Berufsgruppe sind, die im medizinischen Sektor die größten Annahmen zu verzeichnen haben. Die Praxen der Fachgebiete Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie kommen demnach mit 850.000 Euro im Durchschnitt den höchsten Reinertrag. Generell sind die Möglichkeiten durch MRT-Scans ja sehr, sehr gut. Und für die betroffenen Patienten ist es extrem gut, ein so engmaschiges Sicherheitsraster zu haben. Dass da wenig Patienten mit schweren Erkrankungen durchrutschen können. Aber wir sollten im Zuge einer Kostenersparnis für das Gesundheitssystem und auch, um gerade im Thema Rückenschmerzen falsche Schlussfolgerungen und falsche Diagnosen zu vermeiden, wieder ein bisschen mehr Menschenverstand walten lassen im Einsatz dieser Technologien und nicht alleine der Maschine die Diagnose überlassen. Wenn du mehr dieser Videos sehen möchtest, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren. Gerne auch die Glocke drücken, dann wirst du immer informiert, wenn ein neues Video von mir kommt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns!